Für die einen ist es Vergnügen, für ihn ein Albtraum. Von Andreas Eschbach. Es liest David Nathan. Morgens. Der Wecker zeigte 2.90 Uhr und piepste und piepste und piepste. Und irgendwie war der Abschaltknopf verschwunden. Einfach weg. Finn stemmte sich mühsam hoch, starrte schlaftrunken auf die in der Dunkelheit rot glühenden Digitalziffern und verstand beim besten Willen nicht, was eigentlich los war. 2.90 Uhr? Wie ging das denn überhaupt? Wie kam das blöde Ding dazu, ihn um diese unmögliche Zeit zu wecken? Und wieso fand seine Hand den verdammten Knopf nicht, mit dem man das Gepiepse abschalten konnte? Dann sprang die Uhr auf 12.90 Uhr und Finn dämmerte, dass der Wecker einfach auf dem Kopf stand. Er packte das Ding, drehte es um und las 6.21 Uhr, was schon wesentlich vernünftiger aussah. Der flache Knopf war auch wieder da, wo er hingehörte. Eindrücken und es wurde still. Herrlich still. Stöhnend ließ sich Finn zurück ins Kissen fallen. Keine Frage, wer ihm diesen Streich gespielt hatte. Moritz, sein lieber kleiner Bruder, mit dem er sich seit dem Umzug das Zimmer teilen musste. Er reckte sich nach dem Schalter, der das unpraktisch angebrachte Leselicht über seinem Kopf einschaltete, kniff die Augen zusammen, als es hell wurde, und lugte hinüber ins andere Bett. In dem natürlich niemand mehr lag. Moritz saß bestimmt schon seit mindestens einer halben Stunde im Wohnzimmer vor dem Computer, hatte Kopfhörer auf und ballerte die erste Runde des Tages in irgendeinem seiner 10.000 Spiele, bei denen Finn vom bloßen Zusehen Kopfschmerzen bekam. Wieder sank er zurück in sein Kissen und war einmal mehr davon überzeugt, dass man ihn bei der Geburt vertauscht haben musste. Zumindest war er der einzig Normale in einer Familie krankhafter Frühaufsteher. Seine große Schwester hüpfte jeden Tag um 5 Uhr aus dem Bett, um Hausaufgaben zu machen. Sein Vater schrieb um diese Zeit die ersten E-Mails, in der Hoffnung, auf diese Weise seine Kollegen beim Sender zu beeindrucken. Und seine Mutter bastelte an aufwendigen Frühstücken, die sie für ihren Blog fotografierte, ehe sie auf den Tisch kam. Ja, und Moritz eben? Bam, bam, zong, bang, hasta la vista, baby! Kurzum, die Wohnung brummte längst vor Leben, obwohl es noch nicht mal halb sieben war. Man hörte es sogar, Gespräche, Gelächter, das Klappern von Töpfen und Geschirr. Finn dagegen würde seine erste heroische Tat des Tages vollbringen, indem er sich bis ins Bad schleppte. Fast forward 6 Uhr 35 Immerhin ein paar ruhige Minuten auf der Toilette waren ihm vergönnt. Er schaffte es sogar, dabei nicht wieder einzuschlafen. Doch kaum stand er am Waschbecken, rumpelte es von draußen gegen die Tür. Bist du das, Ökfaim? hörte er Silke zetern. Ökfaim, das war ihre Abkürzung für ökologischer Fußabdruck in Menschengestalt. Seine eingebildete Schwester gab sich auf ihrem Videochannel nämlich höchst umweltbewusst, allerdings hauptsächlich, weil das gut ankam, oder weil sie dachte, dass das gut ankam. Ökfaim nannte sie ihn, wenn er ihr im Weg war oder sie sonst irgendwie nervte, und eins von beidem war fast immer der Fall. Besetzt, rief er. Oh Mann! Er beugte sich vor, studierte sein Gesicht im Spiegel und versuchte sich vorzustellen, wie er mit Bart aussehen würde, bestimmt besser. Er fand, dass er total belanglos aussah, so ohne irgendwelche Ecken und Kanten, die einen erst interessant machten. Silke rüttelte wieder an der Türklinke. Jetzt lass mich doch mal kurz rein, ich brauch auch nur einen Moment, versprochen! Sie drängelte so lange, bis er schließlich nachgab und ihr das Bart überließ. Ein Fehler, wie er gleich darauf merkte, als er draußen im Flur stand und hörte, wie drinnen die Dusche anging. Fast forward. Bestimmt gab es einen Unterschied zwischen einem Albtraum und einem Frühstück im Kreis seiner unerträglich aufgekratzten Familie, aber Finn hatte noch nicht herausgefunden, welchen. Da bist du ja endlich, sagte seine Mutter, als er sich setzte und stellte einen Pfannkuchen mit gesund aussehendem Zeug als Topping vor ihn hin. Vorsicht, der Teller ist heiß, hab ihn im Ofen warm gehalten. Silke hat mich aus dem Bad vertrieben, verteidigte sich Finn. Du darfst dir halt nicht alles gefallen lassen, Brüderchen, meinte Silke schnippisch. Sie betrachtete sich durch die Frontkamera ihres Handys und zupfte ihre noch leicht feuchte Mähne in Form. Außerdem hab ich mir nur schnell die Haare gewaschen, das ging total schnell. Und das fällt dir um halb sieben ein? Hab's halt vergessen, meine Güte! Moritz redete währenddessen ohne Punkt und Komma auf ihren Vater ein, schwärmte von einem neuen, supertollen Superfernseher, den er gesehen hatte. Den müssten sie unbedingt kaufen. Ihr Vater nickte nur und war mit den Gedanken offenbar ganz woanders. Du willst das Ding ja nur, um noch mehr zu zocken und damit es noch bunter und lauter kracht, meinte Finn. Moritz bedachte ihn mit einem mitleidigen Blick. Hey, du hast echt keine Ahnung. Es wär doch ein blödes Spiel, wenn's am Ende nicht kracht, oder? Finn seufzte. Ja, du hast recht. Ich hab wirklich keine Ahnung. Er musterte seinen Teller. Was ist das überhaupt? Zuckerfreie, vegane Pfannkuchen mit geriebenem Apfel und Früchten des Waldes, erklärte Mutter. Also, äh, Beeren, kurz gesagt. Und das da? Er deutete auf einen weißlichen Klecks. Äh, als ich's fotografiert hab, war's noch Schlagsahne, aber die ist im Ofen natürlich zerlaufen. Silke checkte ihre Statistiken und maulte, dass die Views schon wieder runtergegangen seien, obwohl sie ein so tolles Video eingestellt hatte. Mom, du hast selbst gesagt, dass das Video toll war, oder? Ja, aber jetzt ist was. Finn schob das, was von der Sahne noch übrig war, mit der Gabel beiseite und probierte den Pfannkuchen. Glück gehabt, heute schmeckte er sogar ziemlich gut. Und, was nicht immer der Fall war, manchmal sahen die Gerichte seiner Mutter einfach nur gut aus. Silke aß auch und fing schon nach dem zweiten Bissen an, in den höchsten Tönen zu schwärmen. Mh, boah, ist das gut, Mom. Du hast dich wieder selbst übertroffen. Ich muss dir einen Kommentar schreiben, sobald das Foto online ist. Ach was, fünf Kommentare. Silke unterhielt ein Dutzend verschiedener Accounts, über die sie regelmäßig ihre eigenen Beiträge lobte, wenn es sonst niemand tat. Schon gut, meinte ihre Mutter. Was willst du? Dein mauvefarbenen Seidenschal, bitte, nur für ein paar Bilder und ein Video. Mutter lächelte. Also gut, du kriegst ihn. Für eine zwei oder besser in Geschichte. Silke warf die Gabel hin. Och Mann, Mama. Vater ließ sich eine zweite Tasse Kaffee aus dem Automaten. Er trug doch tatsächlich dieses grässliche Einspaß-TV-Fan-T-Shirt. Auf dem Rückweg zum Tisch verwuschelte er Finn die Haare und meinte, Na Junge, alles senkrecht? Finn verdrehte die Augen. Er hasste es, wenn sein Vater auf Jugendsprache machte, weil er dann erst richtig alt wirkte. Ich hab neulich deinen Klassenlehrer getroffen, fuhr sein Vater fort, während er sich widersetzte. Der meinte, du hättest dich schon ganz gut eingelebt an der neuen Schule. Stimmte das? Finn hätte darauf gewettet, dass sein Klassenlehrer sich noch nicht einmal seinen Namen gemerkt hatte. Hatte er aus Versehen irgendwas richtig gemacht, ohne es zu merken? Normal wäre gewesen, wenn sein Vater darüber gespottet hätte, dass Finn als Einziger in der Familie Bücher las. und dem Fernsehprogramm, diesem fantastischen, vielfältigen Angebot auf über 200 Kanälen, nichts abgewinnen konnte. Normal wäre gewesen, wenn sein Vater ihn Bücherfresser genannt hätte oder als Ausdruck besonderer väterlicher Zuneigung unser kleines Bücherfresserchen. Ist heute irgendwas Besonderes los? fragte Finn misstrauisch. Switch 7.10 Uhr Wie bitte? Lea stellte die Müsli-Schüssel so hart auf den Tisch, dass Milch überschwappte und sich auf der rot-weiß karierten Tischdecke verteilte. Das kannst du doch nicht machen! Die morgendliche Sonne warf ihr scharfes, helles Licht in die kleine Küche, deren Fenster nach Osten ging. Da sie im zehnten Stock wohnten, kriegten sie schon Sonnenlicht ab, wenn der Rest von Ostwaldau noch im Dunkeln lag. Das kannst du nicht machen! Das kannst du nicht machen!